Diverbum heißt eine der vier Konstitutionen des Zweiten Vatikanischen Konzils. Die dogmatische Konstitution über die göttliche Offenbarung wird üblicherweise nach ihren Anfangsworten zitiert. Sie wurde am 18. November 1965 mit 2344 zu sechs Stimmen angenommen und durch feierliche Verkündigung in der Konzilzaula durch Papst Paul VI. Promogiert Die Konstitution, deren Entstehungsgeschichte sich vom Beginn bis zum Ende des Konzils zieht, sorgte für einen Ipokain-Einschnitt, mit dem neue und entscheidende Perspektiven in Hinblick auf das theologische Verständnis der Offenbarung eröffnet wurden. Neben der Untersuchung des Offenbarungsbegriffes klärt das Dokument das Verhältnis zwischen Tradition und Heiliger Schrift. Dabei legt sie auch Wert auf die richtige Verständnisweise der Heiligen Schrift und eröffnet so Möglichkeiten für die Verwendung der historisch-kritischen Exegese in der katholischen Theologie. Geschichte Neben Dei Filius dem Dokument des Ersten Vatikanischen Konzils über die Offenbarung ist Dei Verbum das einzige konziliare Dokument. Dass sich explizit der Offenbarungsfrage widmet, der endgültigen Fassung der Offenbarungskonstitution gingen drei Versionen voraus. Das vorbereitete Schema de Fontibos Revelationes wurde von Sebastian Tromp SJ verfasst und spricht von zwei Offenbarungsquellen, die inhaltlich voneinander verschieden seien, die Heilige Schrift und die Tradition. Außerdem bekräftigte das Schema die Irrtumslosigkeit der Schrift auch in Bezug auf historische Aussagen. Große Kritik fand nicht so sehr die theologischen Aussagen, sie waren durch päpstliche Verlautbarungen gestützt, sondern vielmehr der Geist der Angst und des Misstrauens gegen die Exegeten und vor allem die fehlende pastorale und ökumenische Ausrichtung. Zudem war es durch eine instruktionstheoretische Offenbarungsauffassung geprägt, die Offenbarung ausschließlich als Instruktion. Das heißt Mitteilung, Verstand, dieses Schema wurde Mitte November 1962 kontrovers diskutiert. Aus der Konzilzaula gab es erste Vorschläge, eine komplette Umarbeitung des Schemas vorzunehmen. Eine missverständliche Abstimmung am 20. November 1962, ob die Diskussion über das Schema abgeschlossen sei, erreichte nicht die nötige Zweidrittelmehrheit, dies führte zu Verwirrung und Unklarheit, ob damit das Schema bereits angenommen sei. Daher nahm Papst Johannes XXIII. das Schema am Folgetag von der Tagesordnung und setzte eine neue Kommission aus Gegnern und Befürwortern des diskutierten Schemas ein, die eine grundlegende Umgestaltung vornehmen sollte. Den Vorsitz dieser gemischten Kommission übernahmen die Kardinäle Alfredo Ottaviani und Augustin B.A.S.J. Als Sekretäre wurden Sebastian Tromp und Johannes Willebrands berufen. In diesem zweiten Text wurden Änderungsvorschläge der Theologischen Kommission eingearbeitet, so entstand die dritte Version. Im September 1964 wurde jener Text im Konzil debattiert und eine vierte Fassung wurde ausgearbeitet. Diese konnte erst in der I.V. Sitzungsperiode im September 1965 diskutiert werden und es flossen noch weitere Änderungsvorschläge ein. Zwei sehr wichtige Modi in DV 9 und 11 stammten von Paul VI., der allerdings keine Formulierungen vorgab. In der daraus entstandenen fünften Fassung wurde das Dokument kurz vor dem Ende des Konzils in dessen letzter Sitzung am 18. November 1965 Angenommen, drei Motive kennzeichnen die Entstehung der Konstitution und die Debatte darum. Erstens die Bewertung der Tradition, zweitens die Akzeptanz der historisch-kritischen Methode in der Bibelexegese sowie drittens die neue, positive Einstellung der katholischen Christen zur Bibel. Die Neubewertung der Tradition ergab sich aus den Dogmen der unbefleckten Empfängnis Mariens und der Aufnahme Mariens in den Himmel. Die Beide mit dem Traditions-Argument begründet worden waren. In diesem Zusammenhang warf man die Frage der Dogmenentwicklung auf und sprach somit von einem Traditions-Prozess. Nicht von einer materiell fassbaren Tradition. Ferner wurde die Interpretation des Trienter-Konzils und seine Aussagen zum lutherischen Sola-Scriptera-Prinzip in den Jahren des Konzils eingehend. Debattiert Aufgeworfen wurde diese Debatte durch die Thesen Josef Rupert Geiselmanns, nach denen das Konzil von Trient über die Vollständigkeit der Schrift nicht entschieden habe. Die Verurteilung vieler Exegeten, die sich der historisch-kritischen Methode bedienten, während der Modernismuskrise, machte eine Positionierung des Konzils dazu nötig. Auch wenn das Verhältnis von kritischer und kirchlicher Exegese nicht eindeutig geklärt wurde, so sei doch deutlich geworden, dass die historisch-kritische Methode nicht mehr gemieden werden könne. Die Bibelbewegung, die ähnlich wie die liturgische Bewegung und die ökumenische Bewegung die Vorkonzilszeit geprägt hatten, veranlassten das Konzil dazu, die spirituelle Beschäftigung der Katholiken mit der Heiligen Schrift zu fördern, Inhalt. Das Dokument ist in sechs Kapitel unterteilt. Im Vorwort stellt sich das Konzil in die Nachfolge des Konzils von Trient und des ersten Vatikanischen Konzils. Dies kann als Neubetrachtung der entsprechenden Texte des ersten Vatikanums und des Konzils von Trient verstanden werden, in der das damalige auf heutige Weise gelesen und damit zugleich auf sein Wesentliches wie auf sein Ungenügendes hin neu interpretiert wird. Formuliertes Ziel der Konstitution ist Darlegung der echte Lehre über die göttliche Offenbarung und deren Weitergabe. Mit dem Zitat aus dem ersten Johannesbrief soll die Doppelgeste des Hörens und Verkündigens der Kirche dargestellt werden. Damit wird auch einer reinen Selbstbeschäftigung der Kirche mit sich selbst ein Halt geboten und die Gesandtheit auf die Menschheit betont. Das erste Kapitel beschäftigt sich mit der Offenbarung selbst. Die Offenbarung wird als ein Geschehen in Tat und Wort geschildert. Offenbarung ist demnach nicht allein als Mitteilungen über Gott zu verstehen, sondern als Selbstmitteilung Gottes ein Terminus, der in der Konstitution allerdings nicht wörtlich vorkommt. In dv4 wird erklärt, dass Jesus als das Fleisch gewordene Wort die Offenbarung erfüllt und abschließt. Daher ist keine neue öffentliche Offenbarung mehr zu erwarten. Diese Erkenntnis ergibt sich aus der Folgerung, dass Christus das Ende von Gottes sprechen, weil es nach ihm und über ihn hinaus nichts mehr zu sagen gibt. Denn in ihm hat Gott sich selbst gesagt. Darin zeigt sich nochmals die Auffassung des Konzils, dass Offenbarung nicht etwas ist, was mitgeteilt wird, sondern existenziell ist für das Leben des Menschen und in seiner Beziehung zu Gott. Insgesamt kann die Offenbarung als ein Beziehungsgeschehen aufgefasst werden. Ohne zuvorkommende Gnade kann der Glaube nicht vollzogen werden, Glaube kann also nicht erarbeitet oder angelesen werden, sondern ist ein Geschenk. Diesem Geschenk der Offenbarung zu zustimmen bedeutet, sich als ganzer Mensch in Freiheit, Gott zu überantworten. Dem sich offenbarerenden Gott ist Gehorsam des Glaubens geschuldet. Der Heilige Geist vervollkommnet den Glauben im Menschen mehr und mehr. Der Abschnitt verdeutlicht, dass Glauben vor allem als personelle Beziehung und Begegnung mit Gott zu verstehen ist. Unter wörtlichem Rückgriff auf Dei Filius lehrt dv6, dass Gott selbst mit dem natürlichen Licht der menschlichen Vernunft aus den geschaffenen Dingen sicher erkannt werden kann. Was jedoch aus dem göttlichen Bereich der Vernunft des Menschen nicht zugänglich ist, macht Gott durch Offenbarung kund 2. Das zweite Kapitel widmet sich der Weitergabe der göttlichen Offenbarung. Darin werden die Apostel und Evangelisten gelobt, die der Aufforderung Jesu, das Evangelium zu verkünden, gefolgt sind. Es wird unterschieden zwischen heiliger Überlieferung und heiliger Schrift. Die apostolische Überlieferung wird von den Aposteln beginnt. In der Kirche weiter tradiert und kennt in der Kirche unter dem Beistand des Heiligen Geistes einen Fortschritt. Diese Tradierung wird als Gespräch Gottes mit seiner Kirche dargestellt. Anders als in dem Vorbereitungsschema wird in dv9 festgehalten, dass die Überlieferung und die Heilige Schrift aus ein und derselben göttlichen Quelle entspringen und auf ein gemeinsames Ziel hinfließen. Die Offenbarung findet sich also nicht allein in der Heiligen Schrift. Diese letzte Ergänzung vor dem Beschluss des Dokuments verdeutlicht, dass die Schrift alleine nicht ausreicht, wenn auch nicht verneint wird, dass sie inhaltlich suffizient ist. Die Tradition wird trotzdem immer vor der Schrift genannt, um die chronologische Reihenfolge zu beachten. Schließlich ist die Schrift innerhalb einer Gemeinschaft entstanden, die auf die Tradition der Apostel zurückgeht, in dv10 folgt der Satz. Das Lehramt ist nicht über dem Wort Gottes, sondern dient ihm. Das kirchliche Lehramt kann nichts lehren. Was nicht in der Überlieferung und Schrift enthalten ist, im Gegenteil, es will aus diesem Schatz des Glaubens schöpfen. Die Unterordnung des Lehramtes gehörte schon zuvor zu einer geradezu fraglose Überzeugung und war in den Textversionen ziemlich identisch. Enthalten. Dennoch trug die faktische Prodesur des Lehramtes dazu bei. Diese, prinzipiell stets anerkannte Ordnung einigermaßen zu verdunkeln. Der Abschnitt endet mit der Feststellung, dass die heilige Überlieferung, die heilige Schrift und das Lehramt der Kirche nicht ohne einander bestehen können. Auf ihre Art dienen sie, durch das Tun des einen heiligen Geistes wirksam dem Heil der Seelen. Der Ausdruck Subaction Unicus Spiritus Sancti wurde erst in der letzten Redaktion hinzugefügt. Karl Kardinal Lehmann bemerkt dazu. Es ist wichtig, dass hier am Ende nochmals ein pneumatologischer Zusammenhang hervorgehoben wird. Das Zusammenspiel ist bei aller menschlichen Verantwortung nicht das Ergebnis allein einer kirchlichen Handlung, sondern durch das Tun des einen heiligen Geistes zum Heil des Menschen wirksam. Kritik von reformatorischer Seite, die Papst Benedikt XVI. später aufgegriffen hat, bezog sich auf die fehlende Würdigung der Schrift als traditionskritisches Element. 3. Das dritte Kapitel behandelt die göttliche Inspiration und die Auslegung der heiligen Schrift. DV11 unterscheidet zwischen Gott als dem Urheber der Schrift und den Menschen als deren echten Verfassern. Irrtumlos ist die Schrift in dem Sinne, dass sie die von Gott bestimmte Wahrheit aussagt, die zum Heil der Menschen notwendig ist. Die schließt nicht aus, dass Sätze aus ihrem Kontext entnommen falsch sind. Tatsächlich war der Formulierung der Irrtumslosigkeit eine lange Debatte vorausgegangen. Die von der Kommission vorgelegte Version schrieb, dass die Heilige Schrift die Veritas Salutaris ohne Irrtum enthalte. Da einige Konzilsväter befürchteten, dass dies einer Einschränkung der Schrift gleich käme, schlug der Papst vor, diesen Ausdruck zu streichen. In der Kommission schlug der Konzilstheologe Gerard Philipps daher die jetzige Formulierung vor. Die Schrift lehre Irrtumslos die Wahrheit nostre salutis causa. Damit wurde eine vermeintliche Eingrenzung der Schrift verhindert und gleichzeitig ihre Irrtumslosigkeit differenziert ausgedrückt. Die Wahrheit der Schrift ist immer nur im Heilsbezug sinnvoll erfassbar. In DV12 wird die Notwendigkeit betont, die historische Situation und die literarische Form biblischer Texte zu erforschen. Der Abschnitt kennt die unterschiedlichen Gattungen in den biblischen Büchern und Texten. Dies ist die Bestätigung moderner Bibelwissenschaft. Jedoch ist die kritische Exegese nicht die alleinige Annäherungsweise an die Heilige Schrift. DV13 bietet eine Analogie des göttlichen Wortes in menschlicher Ausdrucksweise zur Inkarnation Christi. Insgesamt macht dieses Kapitel deutlich, dass das Christentum keine Buchreligion im strengen Sinne ist, sondern an Menschwerdung und Leben Jesu orientiert ist, IV. Das vierte Kapitel, das Alte Testament, untermauert dessen Wichtigkeit für das Christentum. Es ist wahres Wort Gottes, auch wenn sich hier Unvollkommenes und Zeitbedingtes findet. Der Kommentar im Konzilskompendium von Rahner und Vorgremler sieht es als großen Mangel an, dass die Bedeutung des Alten Testaments für die Urgemeinde und Jesus selbst nicht herausgestellt wird. Auch wird die viel längere Erfahrung der Menschheit mit Gott, die dort enthalten ist, nicht deutlich genug unterstrichen. Das fünfte Kapitel spricht über das Neue Testament. Zunächst wird der besondere Vorrang der vier Evangelien innerhalb des biblischen Kanons hervorgehoben. Die Konstitution hält daran fest, dass die vier genannten Evangelien, deren Geschichtlichkeit sie ohne Bedenken bejaht, zuverlässig überliefern. Was Jesus, der Sohn Gottes, in seinem Leben unter den Menschen zu deren ewigem Heil wirklich getan und gelehrt hat bis zu dem Tag, da er aufgenommen wurde. Das Wort Geschichtlichkeit wird dabei nicht weiter erklärt. Es wird die redaktionelle Tätigkeit der Verfasser anerkannt. Die aus den vielen Berichten und Erfahrungen auswählten und es um der Verkündigung der Frohen Botschaft auswählten, doch immer so, dass ihre Mitteilungen über Jesus wahr und ehrlich waren. Die Briefliteratur des Neuen Testaments sowie die Apostelgeschichte und die Offenbarung des Johannes kommen in dem Kapitel nur am Rande vor. V.I. Das letzte Kapitel des Konzilsdokuments widmet sich der Verortung der Heiligen Schrift im Leben der Kirche. Es beginnt mit der erneuten Wertschätzung der Heiligen Schrift, die von der Kirche wie der Herrenleib selbst verehrt wird. Eine Parallele, die sich schon in Sakrosanktum Konzilium findet. Gemeinsam mit der heiligen Überlieferung ist das Wort Gottes höchste Richtschur für den Glauben der Kirche. Dies kann als Antwort auf die evangelische Frage, ob die Schrift für die Kirche Norm sei. Dabei wird das Wort Norma vermieden und ebenso eine Affirmation des Solarscriptura-Prinzips. Darüber hinaus ermutigt die Konstitution auch zur Weiterführung der Bibel wissenschaftlichen Bemühungen, die schon von Pius XII. mit der Enzyklika Divino Afflate Spiritu gefördert wurde. Auch für die Theologie allgemein wird die Wichtigkeit des Bibelstudiums und der Bibellektüre unterstrichen. Wie schon in deutlicherer Form in Optatam Thutzius XVI geschehen. In diesem Passus wurde noch recht spät eingefügt, dass dies unter Beachtung der heiligen Überlieferung geschehen müsse. Was als Abschwächung der Bibel interpretiert werden kann, aber nicht muss. Das Hören auf Schrift und Überlieferung ermögliche eine ständige Verjüngung der Theologie. Auch für Prediger ist eine kontinuierliche Beschäftigung mit der heiligen Schrift notwendig. Um nicht, wie Augustinus sagt, zu einem hohlen und äußerlichen Prediger des Wortes Gottes zu werden. Die Verbum fordert außerdem die Anfertigung von Übersetzungen der Bibel in verschiedene Sprachen. Dabei soll möglichst auf die hebräischen und griechischen Urtexte zurückgegriffen werden. Verbunden damit sollen kommentierte Ausgaben erarbeitet werden, sodass die Bibel auch für Nichtchristen benutzbar und verstehbar ist. Die Konstitution schließt mit dem Wunsch, dass der Schatz der Offenbarung der Kirche anvertraut die Herzen der Menschen erfülle und dass das spirituelle Leben durch die verstärkte Verehrung des Gotteswortes neuen Antrieb erhalte. Einordnung Aufgrund der besonderen Entstehungsgeschichte der Konstitution über den gesamten Zeitraum des Konzils kommt ihr eine exemplarische Bedeutung zu. Ähnlich wie das Konzil neue Perspektiven eröffnete, dokumentiert Dei Verbum ein gewandeltes Offenbarungsverständnis. Gottes Rede den Menschen immer wieder neu zu erschließen ist dabei sowohl die Zielrichtung des Konzils als auch von Dei Verbum. Im Gegensatz zu dem Dekret des Konzils von Trient, das die Offenbarung als Tradition wie auch als Schrift auffasste, betont Dei Verbum eher die gegenseitige Bezogenheit und trennbare Einheit und innere Verschränkung. Dabei wird die Frage, ob die Schrift suffizient ist, also alles enthält, nicht beantwortet. Die Bewertung der Tradition als kirchlicher Lebensstrom, in dem die Schrift getragen, bezeugt und ausgelegt wird, zeigt, dass die Tradition mehr ist als eine zweite, rein ergänzende Quelle. Josef Ratzinger, damaliger Konzilstheologe, fasste ein 1967 Dekasekunden Resultat der vier Jahre lang dauernden Diskussionen so zusammen. Der Text, der an diesem Tag vom Papst feierlich proklamiert wurde, trägt natürlich die Spuren seiner mühsamen Geschichte. Er ist ein Ausdruck vielfältiger Kompromisse. Aber der grundlegende Kompromiss, der ihn trägt, ist doch mehr als ein Kompromiss, er ist eine Synthese von großer Bedeutung. Würdigung kam dem Konzilsdokument auch zu, weil es in einer nie dagewesenen Weise so intensiv und so ausführlich über das Wort Gottes und über die Heilige Schrift gesprochen habe. Die Forderung an Theologie und an das christliche Leben sei nicht gering. Henry de Lubac würdigte, nichts also widerspräche dem Geist dieser Konstitution mehr als eine Art feindlicher Konkurrenz zwischen Schrift und Tradition, so als ob man der einen wegnehme, was man der anderen zuspricht. Noch niemals hatte ein Konzilstext das Traditionsprinzip so gut in seiner ganzen Weite und Komplexität herausgestellt, noch nie wurde der Heiligen Schrift so viel Raum gewährt. Der Freiburger Professor für katholische Dogmatik Helmut Hopping sieht in der Verbum eine Ermutigung, die zahlreichen theologischen Argumentationsinstanzen neu miteinander ins Spiel zu bringen, um gegensätzlich erscheinende Ansätze wie die historisch-kritische Exegese und die geistliche Schriftlesung genauso zu verknüpfen wie der Verbum es mit Schrift und Tradition sowie mit Lehramt und Theologie vermochte. Der Begriff der Selbstmitteilung Gottes kommt in der Verbum explizit nicht vor. Doch ist dieser theologische Begriff ein hilfreicher Verstehensschlüssel für die Konstitution, nicht mehr ein instruktionstheoretisches Offenbarungsmodell wie noch während des Ersten Vatikanischen Konzils, bei dem es um die Offenbarung von Lehren und Sachinformationen ging, steht im Vordergrund, sondern ein kommunikationstheoretisches Offenbarungsverständnis. Hierbei liegt der Fokus auf der Beziehung Gottes mit den Menschen. Die Offenbarung ist ein dynamisches Heilsgeschehen, der Glaube der Menschen ist dabei die Antwort auf die Offenbarung. Die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus ist die höchste und konkreteste Form der Selbstmitteilung Gottes.